Das Samsung N220 ist ein Netbook mit einem 10,1 Zoll großen Display. Es wird mit Windows 7 Starter in 32 Bit ausgeliefert. Die Intel Atom CPU N450 arbeitet mit einem physischen Kern bei einer Taktfrequenz von 1,66 GHz. Durch Hyperthreading stehen dem Betriebssystem zwei virtuelle Kerner zur Verfügung. Die Schnittstellen entsprechen der Netbook-typischen Ausstattung. WLAN und Bluetooth sind vorhanden. Parallel zu Windows ist ein Hyperspace genanntes System aufgespielt. Diese Instant-On genannte Software ist sofort nach Einschalten des Samsung N220 verfügbar. Damit sind auch ohne Windows der Zugang zum Internet und verschiedene Multimedia-Anwendungen nutzbar. Das matte Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung stellt 1024 zu 600 Pixel dar. Das Samsung N220 baut auf der Intel-Plattform namens Pine Trail auf. Hauptneuerung ist die Integration von Grafikeinheit und Speicherkontroller in die CPU. Damit soll der Energiebedarf der Plattform insgesamt gesenkt werden. Sekunden Spann Spann Mel Spann Spann gewann рос